Was für ein Ausblick! Ich fühle mich zwar immer noch ganz gummi-flummi-wackelig auf den Beinen, aber es ist wunderschön. Taki, super, wie mutig du bist! Und jetzt lasst uns die Aussicht genießen. Ach, schön. Was wir schon alles erlebt haben. Und wir haben so, so gute Tipps gegen Langeweile gesammelt. Stimmt. Aber ist euch auch so kalt? Ich will jetzt irgendwo hin, wo es warm ist. Auf geht's! Ich drück den Schwuppdiwupp-Knopf. Taki, der zweite Pups kam von dir. Ich dachte, ihr merkt es nicht. Sind wir bald da? Ich muss pipi. Guck mal aus dem Fenster, was man alles sehen kann. Glitzerschnee. Steinig versteinerte Steinberge. Und Wiesen und Wälder. Und riesige Felder. Und ein Fluss, der aussieht wie eine Schlange. Und jetzt kommen wieder Häuser. Und da, in der Mitte, ist ein Turm. Stehen da zwei Menschen und ein Nashorn auf dem Turm? Ja, und sie strecken sich ganz weit nach oben. Machen die Yoga? Nein. Ich glaube, die üben schon mal, wie es ist, wenn sie einmal groß sind. Ich glaube, die üben schon mal, die üben schon mal so einenприuchalen Potenzialachten und leינוfi, die üben schon mal reinfeil in den� Barschok. Und hier kannst du nicht zusammengen,